Einen recht schönen Abend miteinander Leute. Ja, ein neues Infovideo. Die Leute, die schon beim F1 2012 Let's Play dabei waren, die freuen sich jetzt bestimmt, denn natürlich werde ich zusammen mit meinem guten Kumpel Barney, das kann man mittlerweile schon sagen, natürlich auch das 2013 ja wieder spielen, logisch. Und wir möchten uns natürlich nicht selber entscheiden, mit welchem Rennstall wir fahren. Wir haben ja in der Vorsaison, wollte ich gerade schon sagen, beim F1 2012 den Rennstall Toro Rosso genommen und das hat auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt möchten wir einfach euch da ein bisschen mit einbinden. Das heißt, wir haben eine kleine Abstimmung für euch vorbereitet. Ich werde euch den Link dafür in die Videobeschreibung reinpacken. Der Barney war so freundlich und hat es initiiert und da könnt ihr eure Stimme abgeben und dann werden wir das zusammenzählen und letztendlich dann die Mannschaft rauswählen, den Rennstall rauswählen, der die meisten Stimmen bekommen hat. Und damit natürlich dann auch in dieses Let's Play starten. Das Spiel kommt normalerweise, so wurde mir gesagt, am 4. Oktober raus. Das ist der Freitag jetzt schon in dieser Woche. Und ich denke mal, es wird nicht lange dauern und dann geht es da auch schon los. Ich denke mal vom Ablauf genauso, wie wir es vorher hatten. Und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Wird eine neue Herausforderung und bin natürlich wahnsinnig gespannt, welches Team ihr uns vorschlagt. So, damit ganz kurz und knackig verabschiede ich mich von euch. Ich muss jetzt in die Haier. Ihr könnt ja fleißig abstimmen. Und ich würde sagen, wir hören uns. Ciao, Leute.